Ich gehe ins Dschungelcamp wie Gigi? Ja, oh Mann. Fangen wir mal von vorne an. Ich war mit Rose auf einem Netflix-Event. Und wir haben echt super viel zusammen gelacht. Es waren dort ganz viele Leute aus dem Fernsehen dort. Auch Gigi, der Dschungelkönig der Herzen. Und sein bester Freund Mike. Doch dann habe ich Gigi gefragt, ob ich nicht auch ins Dschungelcamp gehen soll. Vorher haben wir noch ein bisschen Faxen gemacht. Doch dann kam seine Reaktion. Gary im Dschungelcamp erschützt sich mit dem Kopf. Und hat mir erklärt, dass es wirklich sehr hart war. Und man es sich gut überlegen sollte. War ein wirklich cooler Abend.